Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Episode EnderLegends mit mir, dem lieben Chris, Leute. Ich habe heute hier vor mein Megaprojekt, also wir sehen es hier schon, das hier, das hier einmal zuzumachen, das Fundament. Und das wird echt eine echt große Arbeit, äh, ja, also ich denke nicht, dass ich alles schaffe und ich werde einen Scorer-Shop anbauen. Und dann würde ich sagen, schreibe ich mal ganz kurz, let's go, Leute. Ah, fuck. Let's go, Leute. Und erstmal hallo den allen Wünschen. Genau, Leute. Ähm. Genau, Leute. Und deswegen würde ich sagen, starten wir. Das Ding ist halt, Essen-Shop lohnt sich eigentlich gar nicht zu machen, weil wir sind eben so kurz drin. Boah, das sieht ja mega aus. Wenn ich das überall durchziehe, das sieht ja mega aus, Leute. Ich will jetzt mal angucken, wenn ich das einmal angucke. Ja, dann komm zu mir. Eine Ratsache. Also, ich finde die Struktur, dass die mega aussieht. Welche? Ey, das sieht wirklich, das sieht krass aus. Ja, dann komm zu mir. Ja, dann komm zu mir. Das dauert halt wirklich ewig, bis dieser Ring rum ist. Okay. Okay. Also, ich hoffe, ich schaffe das heute. Ähm, hier ist ein Wandering Trader, alles klar. Was hat der? Na, nur Schrott zu handeln, war ja klar. Hier ist ein Babywolf, cool. Juck niemanden. Ich habe eine neue Höhle gefunden. Gefunden. Dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber jetzt erstmal eine kleine Runde formen. Sollte ich mal eine große Map an jedem Grundstück machen. Aber das ist schon geil, Leute. Also... Und das ist gar nicht mehr so weit. Also wenn wir hier sind, haben wir die Hälfte, Leute. Das heißt, ich muss im Durchschnitt noch einmal formen. Wir müssen bald mal alle mit unseren Megabilds anfangen, weil sonst wird... Ja, ich fang ja, Jan. Also nicht mit dem Megabild, ich fang mit dem Podest des Megabilds an. Ja, also ich will wie gesagt die Stadt bauen. Aber wenn hier Felix irgendwie nur 10 Minuten drin ist, dann kann ich ja auch nie richtig fahren mit ihm und so. Und deswegen... Ach, du machst mit ihm zusammen. Ja, ja, ich mach ja mit ihm zusammen, weil er alleine würde in der Stadt ein bisschen zu lange dauern. Ähm, Crocodile Andi hat es im letzten Craft Attack geschafft. Aber okay, der Server war dauernd online. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute, bewertet es in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.